Guten Morgen! Nach ihrem Museumsbesuch liest Priya ein Buch in ihrem Garten. Hallo Schatz! Hast du einen schönen freien Tag? Ja! Können wir jetzt Abendessen machen? Abendessen? Es ist 14 Uhr. Es ist noch so früh. Was kann ich machen? Du kannst im Garten sitzen und nichts tun. Entspanne dich! Priya sitzt für einen Moment im Garten und tut nichts. Entspannen ist langweilig. Ich gehe lieber zur Arbeit. Bis später, Vikram! Pläne Abendessen Entspanne dich! Zu langweilig! Und jetzt kommt die Zeit, an der Schatz 2. Wie ist das? Tür Ich gehe also wieder an den Schatz 2. Du bist wieder an der Schatz 3. Ich bin jetzt ein Stück weit jetzt. Ich bin jetzt schon mal passiert. Mit mir? Also sieht es an der Schatz 4. Ich bin jetzt ein Stück weit hier. Ich bin jetzt ein Stück weit jetzt hier. Und ich bin jetzt im Vorbereitär Punkt. Ich bin jetzt mal, wenn ich den Schatz 5.